Also einen wunderschönen guten Abend. Wie ihr an den Vorverkäufen sehen könnt, freut ihr euch genauso darauf, dass das Album released wird wie wir. Aber das Album macht, was es will. Was soll ich sagen? Friss oder stirb? Und wie es aussieht, war das Album nicht der Meinung, dass der FDF ein gutes Release-Date ist. Stattdessen hat sich das Album jetzt den Freitag den 13. ausgesucht im Januar, im kommenden Jahr. Und bisher hatte das Album mit allem recht, also okay. Das Schöne daran ist, wir haben jetzt noch viel mehr Zeit, euch Content zu liefern. Also arbeiten wir gerade fleißig an drei weiteren Singles, inklusive Video, wirklich geilen Videos. Und haben uns noch ein ziemlich geiles Extra für die Box überlegt. Eine CD mit neuen Tracks, die ihr so noch nie gehört habt. Mit Features, die es so noch nie gegeben hat. Exklusiv als Inhalt für die Box. Am 18.11. kommt die nächste Single, Klarkommen mit Morty, mit einem wunderschönen Video, das Mike gebastelt hat. Ihr bekommt so zeitnah wie möglich das Snippet zur Bonus-CD. Im März gehen wir auf Tour, die Dates kriegt ihr auch demnächst. Und es wurden schon Interviews gedreht und es werden noch Interviews gedreht und die kriegt ihr auch alle noch. Ihr kriegt also noch einen Haufen Barron oben drauf. Schon ganz geil. Und dann geht's noch ein bisschen. Und dann geht's noch ein bisschen. Und dann geht's noch ein bisschen. Und dann geht's noch ein bisschen.